meine lieben es gibt gute nachrichten ich habe mir überlegt einmal im monat möchte ich für euch ein gewinnspiel veranstalten und was habe ich ganz cool ist ihr könnt auf facebook instagram und youtube mitmachen also auf jedem kanal auch mehrfach mehrere kommentare und im endeffekt kommt ihr dann alle in den lostopf egal wo ihr mitmacht ja also heute starten wir mit dem ersten gewinnspiel ich freue mich mega weil ich finde das ist ein ganz ganz cooler preis ihr wisst ja ich bin ein kleiner sonnenreiter fällen sie macht finde ich die frau gerix echt ganz ganz tolle produkte und wirklich auch ja sehr sehr edle produkte der poncho zum beispiel ist auch von sonnenreiter und heute zu gewinnen gibt es hier schaut mal so einen trenzen schließe gürtel nach wahl natürlich auch in deiner größe da gibt es verschiedene farben zum beispiel auch sehr edel finde ich in schwarz der ist drei zentimeter breit ja es gibt die schließe eben in silber oder in gold vergleichen wir hier silber und gold ja gibt es eben zwei verschiedene schließen also eben wie ich wirklich finde sehr cool mit dieser trenze und passt aber auch zu freitag klamotten finde ich sehr gut und du kannst eben heute freitag mitmachen bis inklusive montag den siebten und mitternacht und einen gürtel nach deiner wahl zu gewinnen schau unbedingt auch auf der website vorbei von sonnenreiter weil nämlich es gibt eben noch andere farben und du kannst eben wirklich den gürtel frei wählen den du möchtest er ist drei zentimeter breit made in germany wirklich sehr sehr schöne qualität ja ganz toll gearbeitet und und es gibt zusätzlich weil sie jetzt schon bald valentinstag ist auch noch einen rabatt code für dich also wenn du dir noch ein anderes schönen schönes sonnenreiter geschenk machen möchtest oder wenn du nicht so der gewinnspiel typ ist dann kannst du natürlich mit 15 prozent rabatt mit dem gutschein code den ich dir jetzt hier einblende eben shoppen für dich ein kleines valentinstags geschenk und vielen dank an dieser stelle an sonnenreiter für das sponsoring von diesen schönen geschenkten gürtel ich wünsche dir ganz viel spaß beim stöbern im sonnenreiter shop und jetzt beim mitmachen auf facebook instagram und youtube folge unbedingt auch sonnenreiter auf instagram und facebook die sind da auch recht aktiv da gibt es auch immer wieder rabatte und aktionen deswegen ich blende da noch mal den link ein unbedingt auch gleich abonnieren und